Berühmte erste Sätze Das ist der erste Satz aus dem Roman von 2003 »Maria, ihm schmeckt's nicht« von Jan Weiler Ein Fremder steht vor der Tür, das bin ich. Genau genommen bin ich nicht nur den Menschen hier fremd, sondern vor allem mir selber. Ich habe mich nämlich mit einem Strauß Blumen als Schwiegersohn verkleidet. Der Autor heiratet in eine in Deutschland lebende italienisch-deutsche Familie ein. Was dann passiert, vor allem mit dem Schwiegervater und wie er mit der Verwandtschaft in Italien zurechtkommt, das liest man auf sehr unterhaltsame Weise. Das Buch ist mit sehr großem Erfolg mit Mina Tander, Lino Banfi und Christian Ulmen verfilmt worden.